Herzlich Willkommen hier bei Yoga Vidya, liebe Kinder, zu der Yogastunde heute Nachmittag. Lieber Mio, liebe Marie, liebe Jana, lieber Richard, schön, dass ihr da seid. Und wir fangen heute, nachdem wir eine Aufwärmübung ja schon gemacht haben, mit dem Sonnengruß an. Lass uns den Sonnengruß mal machen, wir stellen uns vorne an die Matte, wir grüßen die Sonne, wir grüßen die Erde, wir sehen einen Sprinter. Wir gehen über eine Britte, wo eine Raupe sich schlägt und eine Kobra-Grastische. Und dann gehen wir wieder über den Berg, da sehen wir auch noch einen Sprinter. Der grüßt auch die Erde und die Sonne. Namaste. Namaste. Ich freue gleich. notiell